Darum werde ich meine Frau nicht zurückbringen in dieses Land. Eine verstörte Person mit Messer oder Säure sei genug, Prinz Harry hält Großbritannien für zu gefährlich für seine Ehefrau Meghan, und gibt dafür auch der Boulevardpresse die Schuld. In diesen Tagen dreht sich vieles um Prinz Harry und das Verhältnis des britischen Prinzen zur Boulevardpresse. Um dieses Verhältnis ist es, gelinde gesagt, schlecht bestellt. In einer neuen Dokumentation des Fernsehsenders ITV sprach der Prinz nun unter anderem über seine Sorgen um die Sicherheit seiner Frau Herzogin Meghan in seiner Heimat Großbritannien und die Verbindung zur Pressewelt. Es sei ein Risiko, sich gegen die Presse zu stellen, so Harry. Schauen Sie sich an, was mir, meiner Frau und meiner Familie in den letzten vier Jahren passiert ist, sagte der 39-Jährige weiter. Das sei eine schwere Entscheidung. Zuletzt hatte er sich auch über die negativen Auswirkungen der Boulevardpresse auf das eigene Verhältnis zum Rest der königlichen Familie geäußert. Der Sohn von König Charles III, 75, ist überzeugt, im Laufe seines Lebens Opfer von Telefonhacking und anderen illegalen Methoden der Informationsbeschaffung geworden zu sein. In einem Prozess gegen den Verlag des Mira hatte er bereits Schadensersatz zugesprochen bekommen. Ähnliche Vorwürfe macht er auch anderen Boulevardblättern. Auf die Nachfrage, ob er mit solchen Kämpfen nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehe, antwortete Harry, es liegt ohnehin mehr als genug Aufmerksamkeit auf mir und meiner Frau. Man gerate irgendwann an einen Punkt, wo man verdammt sei, wenn man etwas tue, und ebenso verdammt sei, wenn man nichts tue. Prinz, eine Person mit einem Messer wäre genug. Harry und seine Frau Meghan, 42, hatten sich vor vier Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. Das Paar lebt mit seinen beiden Kindern mittlerweile in den USA. Als einer der Gründe für den Rückzug galt der Umgang der britischen Boulevardmedien mit der Herzogin. Auch Drohungen gegen Meghan hatte es gegeben. Es ist noch immer gefährlich, sagte Harry in der am Donnerstagabend aus GE strahlten Dokumentation Tabloid Central. Alles, was es brauche, sei ein Einzeltäter, eine Person, die dieses Zeug lese, etwa mit einem Messer oder Säure. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht zurückbringen werde in dieses Land. Harry gab in dem Interview auch an, seine Großmutter Königin Elisabeth II. habe ihn in seiner Sache unterstützt.